Naja, da kommt hier auch nicht mehr... Ah! Jojo Leute, willkommen zurück bei Dead Space. Ja, bisschen... Stress heute. Ich muss die Folge noch fertig bekommen. Da... Ja, die gleich raus muss. Ich hab so ein bisschen verpennt gehabt. Ich hab so ein bisschen mehr Zeit... ...aufzunehmen. Deswegen kommt die Folge jetzt direkt heute. Jetzt haben wir 5.17 Uhr. Dann müsste Punkt 6 eigentlich rauskommen. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das schaffe. Deswegen drückt mir die Daumen. Ob's klappt. So, ich muss jetzt das hier... Da hinbringen, genau. Die mal weg. Tab. Und F. Nein. Nein. Hä? Geh. Nein. Ah ne, ich muss anvisieren und dann... So. So muss das rum. Jetzt muss ich da durch. Und dann drüben einstöpseln. Irgendwas hört sich da... Oh oh. Oh oh oh. Aber spring mal auch mal lieber in die Luft. Bevor es mir noch Schaden anfügt. Das kann man nicht gebrauchen. So. Ne, ich wäre jetzt besser mit dem Zeugs hier. Ähm. Hier rein. Hier rein. So. Jetzt haben wir hier Saft. Es kommen ja auch hier hoch. Ja. Aber das war ja nicht das Rätsel. Ähm. E. Ah. Wir wollen runter. Auch gut. Geh mal und da. Ja. Ja. Wir haben die 200 Abonnenten mal gestern geknackt. Kurzzeitig. Jetzt sind wir jetzt wieder ein bisschen drunter. Aber... Das macht hier nichts. Ich weiß. Ihr könnt da mehr noch hinzufügen. Also noch ein paar Freunde einladen. Lass mir die 200 Abonnenten dauerhaft knacken. Ein Event ist auch schon geplant dafür, wenn es jetzt mal dauerhaft wird. Was nicht mehr lange dauern wird. Bin ich mir sicher. Ja. Und seid gespannt auf jeden Fall. Ja. Mitnehmen. Alles looten. Was ist das? Tapfen lassen. Auch alle möglichen Waffen. Ne. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Es gibt Geld. Jetzt haben wir daran die Tür auf. Jetzt sind kurz mein Fuß noch versorgen müssen. Einmal Lürchen. Das musste jetzt noch schön versorgt werden. Jetzt geht's weiter. Oh yeah. Schwerelosigkeit schon wieder. Jetzt muss ich erstmal den Sensor anbringen. Aber ich glaube, die lassen mich hier nicht so einfach dran rumdoktern. Das glaube ich jetzt weniger. Da sind sie schon. Sind das neue? Äh. Die sind ein bisschen ekelhafter aus. Und alter. Und die halt. Stehst du jetzt? Oh. Die geben auch 3.000. Und es sind billig Dinger wie die anderen. So. Jetzt muss ich mir überlegen was. Und der ist schon wieder einer. Oh oh. Keine Mutti mehr. Oh. So. Schicht im Schacht. Ähm. Oh. Boah. Schmuck. Kommt die jetzt da her. Da es gibt. Steht. Latt nach. Mach. Ja. Hat's auch gereicht. Ne. Was gibt der Medikit. Was gibst du mir? Ah. Klasse. Kata Energie. Ähm. Medikit nehmen. Oh gut. Ich habe noch richtig viel Platz. Aber ich habe noch einen Abgrätsduch für mein Ding. So. Jetzt muss ich nur gucken was ich hier machen soll. Ich vermute mal das Ding hier aufschalten. Äh. Oh yeah. Ist das? Ist das? Ist B? Nein. G. Nein. C. Juhu. So. So einfach. Und mit. Es gibt mehrere von den Dingern. Stimmt. Aber da ich jetzt weiß wie das funktioniert mit dem schwere Losigkeit Scheißdreck. Dann geht das einfacher. Ist das einfacher. Ist das einfacher geht. So. Wo ist er? Ah ja. Treff ich das nicht? Ah. Kannst du knicken. Ähm. C. Und zack. Auch weg. Nee Mission. Es braucht den letzten. Wo sind die? Gab es nur zwei? Gab es nur zwei. Aber ich meine. Das Ding hier. Die Kiste. Brauche ich auch noch. Komm zu Papa. Schön da hin. Oh. Fuck. Und was ist drin? Mh. Es hat die Wasserkehrs aufgenommen. Ist egal. Ein 70 Schuss nur. Das ist auch wieder alles. Ähm. Hier hin. Auch noch raus vermutlich. Aber ich wüsste jetzt nicht nur wo noch so lange ist. von einer Generator steht. Nee. Das ist jetzt alles gewesen. Oh. So. Jetzt bin ich hier auf dem normalen Level. Wie bin ich hier in Pilesetland? Ich weiß es gar nicht. Hab ich hier im Betag? Ich glaube hier, oder? Nee. Einer lebt noch. Zwei sogar. Oh. Oh. Wo sind die? Wo sind die zwei? Hä? Gehen wir erstmal da hoch. Guck mal. Da ist doch nichts mehr. Sollen die zwei Dinger sein? Was denn ist die zwei Dinger? Ich weiß es nicht. Einen habe ich zerstört? Zwei habe ich zerstört. Die kriege ich nicht down. Aber langsam kriege ich das Ding auch nicht. Hm. Das ist jetzt gute Radteuer. Das ist jetzt gute Radteuer ist. Danke. Wir haben hier raus, ne? Das ist eh gleich leer. Das ist eh gleich leer. Ladens. Ladens. Geschwind auf. Oh. Jetzt werden wir uns auch immer gut. Was ist hier? Da hat doch gerade was. Ha. Du 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 du. Auch looten. Aufladen. Aufgeladen. Was ist hier? Das ist die andere Seite der Tür. Ja. Ja. Entritt Schwerelosigkeit. Aber die gehen nicht. Wie geht doch nichts. Was ist das? Ach. Die Hüllenkisten. Die Kistenhülle. Was muss ich jetzt machen? Ach so. Ich hab doch eigentlich meinen. Alter. So jetzt. Doch hier rein. Aber wohin da rein? Ich hab doch alles gemacht. Die Dinger sind doch kaputt. Die Dinger doch kaputt sind. Was soll ich denn jetzt machen hier? Das ist ein Außer. Muss ich jetzt nach außen? Da oben ist einer. Wie soll ich denn da hinkommen? Draußen sind noch zwei Stücke. Da komm ich doch nicht im Lebtag nicht hin. Na ja, da komm ich auch nicht hin. Wie komm ich jetzt da raus? Ah. Ich seh sie draußen sind sie. Ich seh sie draußen sind sie. Da. Wo bin ich jetzt? Ach. Verdammte Axt. Wie komm ich da hin? Nee, da komm ich auch nicht hin. Ah. Nein, so nicht. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Aber so rum. Das wird echt knapp mit dem rausbringen noch. Ah, nein. Also ich muss doch wirklich durch den Asteroiden, durch dieses Schwenkding durch. Wie ich mir das vermutet habe. Wie ich mir das vermutet habe. So. Jetzt aber Gummi. Das ist ein Vakuum. Ah. Äh. 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 Wie. 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 Was sagen wir. So. Bin jetzt. Einer ist weg. Was hat mich jetzt getroffen? Das sind die Viecher. Warum sind da Hausenviecher? So, jetzt hat das der Hüb noch und dann, ach da ist er, C. Gut, und jetzt? Voll reingesprungen, fuck. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht gekriegt? Oh Mann, habe ich jetzt den komischen Dinger noch? Ja, also muss ich wieder raus. Gut, aber das war richtig, so die Takte da raus zu rennen. Na, ich muss weiter vor und warten, bis das Ding schwenkt. Moment, wie schwenkt das? Von oben runter kommt jetzt noch was. Ah, so komme ich nicht raus. Jetzt muss ich hier rum. So. Jetzt bin ich richtig. Ein Tritt Vakuum. Und jetzt E. So platzieren. Dann die Viecher töten. Da ist nämlich noch eins. Da sind zwei. Ja, ich weiß, das tut weh, aber das ist jetzt egal. Stierb. Eben, was ja nicht zu zweit. Oh oh. So. Das überlebst du jetzt aber nicht. So. Jetzt hier. C. Uah. Das ist wieder so einer. Jetzt geht mal langsam die Luft aus. Und mein Leben hier. Das Leben hebt noch. Alter, was die fressen. Eben waren es nicht so viele. Er lebt immer noch. Jetzt ist er tot. So. Och. Simulier jetzt nicht so hier. So. Eine Mission erfüllt. Ich hab gar keinen Luftdanker an dieser Seite. Zweite Nebenmission. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier wegkomme. Habe ich hier einen Luftdank? Oh ja. Wir haben einen Luftdank. So. Alles gut. Alles gut. Oh man. Ist doch beschissen. Was beschissen ist. Und auf ein neues. Ja. Nervet. So. Auf ein neues probieren. Ein Tritt Schwerelosigkeit. So. 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 Was ist das jetzt, das mich jetzt getroffen hat? Der nächste von den. Jetzt platziert er es genau. Und dann muss ich so schnell wie möglich rein. So schnell wie möglich rein muss. So. 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 Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt kommt das Ding hoch. Ja. So. Jetzt langts. Oh Gott. See. Und jetzt? Ja. Ähm. Ja. Ich geh mir lieber weg. Ich bin nicht geschuld dafür. Ich mach einfach Schuh. Was jetzt Schuh macht er mit? So. 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 Jetzt kann ich es nämlich fortschicken. Und das schaffe ich noch in der Aufnahme. Und dann ist die Aufnahme auch beendet. Dann wird's gerendert. Und dann geht's hoch. Ah. Schön viel Loot. So. Ich kann das Starse-Modul aufladen. Ist auch nicht viel leer. Boah. Alter. Was ist jetzt ein Geficke? Gibt's das noch? Was ist denn das für ein hässliches Ding? Dann kann ja gar nichts. Dann ist ja gar nichts kann. Das machen wir aber noch eh. Auf jeden Fall. Ich will das Ding loswerden. Diese Aufnahme-Session. Dass das Ding loswerden will. Lauf. Fahr schneller. Hopp. 1, 2, 1, 2. Was ist denn das jetzt? Achso. Wir sind Jump'n One. Gut. Warum brennt es sauberhaft? Das aber nicht. Jetzt brennt es wieder. Jetzt fahre ich vielleicht durch. Wie ich brauche jetzt zu erhöhen die Energie. Ach nö. 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 Jetzt muss ich wieder zurück. Aber erstmal speichern. Ich mach den Scheiß nicht noch einmal. So. Jetzt passt's. Uh. So. Hier rum. Hier rum. Da rum. So. Jetzt mal das Ding wieder mitnehmen. Oh Gott. Jetzt ist die Aufnahme gleich überzogen. Hier rum. Lauf. Oh. Das bleibt nicht. Nein. Herr Güte. Raus. Ach. Ich hab's überlebt. Geil. Wie geil. Ich hab's überlebt. Oh. Ach. So. Schick den Rastorino auf die Reise hier. Lass da rein. So. Ich geh jetzt ab hier. Warum ist das jetzt fest? Ah, so. Feststell-Taste aktiv war. Deswegen konnte ich nicht schneller laufen. So, schnell geht's hoch. Und den Asteroiden auf die Reise schicken und die Aufnahme beenden. Dann geht das hier. Jetzt hier rum. Ih, wo kommt denn der her? Scheiß Sacker. So, so. Alle entriegelt. Und tschüss. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Ja, was für ein Zufall. Gut, dann würde ich sagen, da beende ich mir jetzt mal hier zur Aufnahme. Da wir eh überzogen haben. Und deswegen machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin. Das wird man den Dinger noch befinden. Kann eh nix. Na, hinter mir vielleicht hat er sich noch ran. Na, kommt noch einer. Oh, das ist ein Steiger. Pfff, geh weg. Oh, Mann. So. Kommt noch einer. Jo, wir machen ja nix zu klein wie das da. Kein nix. Oh, der stirbt aber auch nicht. So, setzt die Quarantäne auf. Gut. Dann, gehen wir noch schön runter. Scheiß Ding. Gehen wir noch ein bisschen runter, speichern und gehen offline. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, also bis Mittwoch dann, wo ja die nächste Folge morgen aufgenommen wird. Das ist ja nicht so lang hin. Und von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend oder Dienstagabend. Kommt die mal drauf an, wenn ihr das anguckt. Und ja, tschüss. Tschüss. Und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020